moin moin leute ihr seht ich bin mitten im rapsfeld und pünktlich zum ersten mai habe ich auch mal wieder ein fahrzeug rausgeholt was ich lange nicht bewegt habe meine s 50 n baujahr 75 eine der allerersten charakteristisch für baujahr 75 ist ja noch der kleine lichtdurchmesser am scheinwerfer oder die aluhebel für kupplung und bremse des weiteren jede 75er oder allgemein jede s 50 n hat eine innenliegende zündspule sitzbankbezug hat keine ifa raute hinten drauf oder den einfachen schriftzug hier findet sich noch die reste eines technisch überprüft abzieht bildes die abziehbilder sind mit ein komponentenharz versiegelt worden weil gerade am tank der schriftzug schon sehr gröselig war und bevor er ganz verschwindet habe ich ihn halt geschützt für die ewigkeit baujahr 75 hat noch die alten grauen bautenzüge und auch natürlich tachowelle am forter schutzblech keine kante zu erkennen schönes ding